Auf jede Frage kennt das Internet tausende Antworten. Und nicht immer ist es leicht, aus diesem Wirrwarr auch die richtige Information herauszufiltern. Vor allem, wenn es um so ernste Dinge wie die eigene Gesundheit geht, wie Anja Stagge aus Hamburg erfahren muss. Als sie die Diagnose Non-Hodgkin-Lymphom erhält, fühlt sie sich völlig verlor. Sie möchte mehr über diese Krankheit erfahren, die ihr Lymphsystem befallen hat. Aber das Netz mit seinen zahlreichen Erfahrungsberichten und Ferndiagnosen überfordert sogar die gelernte Krankenschwester. Ich habe recherchiert und mir ist halt eigentlich eher schlechter geworden. Weil ich diese Information dann ab diesem Moment, ich konnte die auch gar nicht wirklich einordnen. Was ich dort gelesen habe, dann stehen dort Studienergebnisse, dann stehen dort Prognosen. Und das war für mich, das war überhaupt nicht zu erfassen in diesem Moment. Und Anja Stagge ist kein Einzelfall. Mehr als die Hälfte aller Deutschen googelt ihre Symptome. Entweder vor, nach oder sogar anstelle eines Arztbesuchs. Die fatale Folge Cyberchondri. Eine neue Angst an Krankheiten zu leiden. Befeuert durch die Möglichkeiten des Internet. Das behaupten jedenfalls amerikanische Ärzte 2007. Der Psychiater Matthias Nagel merkt davon allerdings wenig. Weder hat die Zahl der Hypochonder auf seiner Station zugenommen, noch kommt für ihn das Netz als Auslöser einer sogenannten Somatoformstörung ernsthaft in Betracht. Betroffene suchen im Netz vielmehr nach Beruhigung. Nach Hinweisen zum Beispiel darauf, dass hinter dem stechenden Kopfschmerz eben kein Tumor, sondern nur eine Verspannung steckt. Schwierig wird es dann für einen Betroffenen, wenn er es nicht mehr schafft, das Internet auszustellen und die Unsicherheit über seine körperlichen Erkrankungen überwältigen, weil er ständig immer wieder nachschauen muss, ob er krank oder gesund ist, um sich zu vergewissern. Und dann hat der Patient natürlich ein großes Problem, auch mit dem Internet. Aber auch Internet-User ohne Hang zur Hypochondrie müssen lernen, mit dem Informationsangebot im Netz kritisch umzugehen. Denn auch zu Gesundheitsthemen gibt es nicht nur seriöse Anbieter. Ob hinter dem Portal ein Forschungszentrum, ein Pharmakonzern oder ein selbsternannter Schamane steckt, ist nicht immer sofort zu erkennen. Und wer auf Patientenforen Erfahrungsberichte liest, sollte sich darüber am Klaren sein, jemand, der schwere Komplikationen erleben musste, der hat ein größeres Bedürfnis, über diese Erfahrung zu sprechen als jemand, bei dem die gleiche OP problemlos verlief. Fakt ist aber, viele Menschen wünschen sich eine individuelle Gesundheitsberatung übers Netz. Und hier knüpft die Plattform Was habe ich an? Über die Seite von Anja Bittner und ihren Kollegen können Patienten kryptische Befunde einsenden und sich diese übersetzen lassen. Das Ziel von Was habe ich ist, Arzt und Patient auf Augenhöhe zu bringen. Wir wollen Ärzten beibringen, wie man leicht verständlich Informationen vermittelt. Und wir wollen Patienten helfen, ihre Erkrankung zu verstehen und dann eben gemeinsam mit dem Arzt auch zu entscheiden, wie es mit der Therapie weitergehen soll. Bei Was habe ich übertragen Medizinstudenten jede Woche etwa 150 Befunde in Alltagssprache. So erfahren Patienten, was ihnen wirklich fehlt. Und angehende Ärzte üben schon während des Studiums, sich verständlich auszudrücken. Nicht zuletzt für eine neue Patientengeneration, die sich nicht mit Fachchinesisch im Behandlungszimmer abspeisen lässt. Der Patient ist mündiger geworden, er kann sich im Internet informieren und möchte dann natürlich auch entsprechend aufgeklärt werden und fordert sich eben verständliche Informationen und Gedanken vom Arzt ein. Und das muss der Arzt am Ende auch bedienen können. Auch Anja Stagge findet letztendlich Unterstützung im Netz. In ihrem Fall eine Patientengruppe auf Facebook. Heute wünscht sie sich vor allem eines, mehr Transparenz. Daran arbeitet sie als Beraterin im Gesundheitswesen aktiv mit. Denn sie weiß, das Netz hat nicht nur die Patienten selbstbewusster gemacht, es ist vor allem auch eine Herausforderung für Krankenhäuser, Ärzte und Krankenkassen, sich auf diese neue Patientengeneration einzulassen. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020